Ja, ihr merkt, ich habe ein wenig schlechte Laune. Das lebt daran. Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen täglich Topa. Ich habe ein neues Scheißhemd an. Es ist genauso kurz wie das andere. Ich dachte, vielleicht fällt mir was eines aus. Aber nein, es sind alle so. Ja, geil. Ich mache mich jetzt gleich mal auf den Weg zur Arbeit. Und dann würde ich sagen, ihr seid wieder mit dabei. Ich habe mir mal wieder die Jacke eines gewissen Menschen ausgeliehen. Weil das ist doch noch etwas fresh heute Morgen im Hemd. Extrem dünnes Hemd. Auch sehr durchsichtig. Ich glaube, wenn man da ein Wet-T-Shirt-Contest machen würde, würde das voll mit dem Ding funktionieren. Aber ich glaube, das will keiner sehen. Also bei mir. Bei hübschen Damen vielleicht schon. Gut, der eine oder andere auch vielleicht bei hübschen Männern. Man weiß es ja nicht. Gleich geht es wieder rein. Ich habe den Laptop heute auch wieder mit dabei. Ich wollte eigentlich den Upload halt zu Hause machen. Aber dann zu Hause hat das Internet nicht funktioniert. War langsam und hat nicht mehr geladen. Ich habe gesagt, okay, Laptop kommt wieder mit. Naja, was sollen wir machen? Ich würde sagen, wir sehen uns dann zur Mittagspause. Oder vielleicht zwischendrin. Oder wie auch immer. Keine Ahnung. Mittagspause ist angebrochen. Ich habe vorher schon auf Twitter gepostet, dass ich mir beim Arsch-Pizza-Service etwas bestellt habe. Ich habe geschrieben, mal schauen, ob es so schmeckt, wie es heißt. Ich hoffe ja nicht. Ich muss jetzt noch ganz kurz ein paar Meldungen rausschicken. Beziehungsweise eigentlich nur eine halt eine Zwischenmeldung für den Mittag. Und dann, so, wie viel habe ich denn? Ach ja, genau. Ja, sehr geil. Und natürlich haben wir auch wieder eine schöne Bestellliste mit bei. Brauchen wir aber eigentlich nicht, weil ich habe ja eh online bestellt, von daher. So, Salat Easter. Jetzt schauen wir uns mal die Pizza an. Die sieht schon mal nicht schlecht aus. Gucken Sie uns mal von unten. Aber hey, kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Das ist der Name. Den machen Sie hier keine Ehre. Ich meine jetzt, es sieht nicht wie ein Arsch aus. Versteht ihr, was ich meine? Das sieht gut aus. Und ich denke mal, es wird auch gut schmecken. Was es übrigens ist, ist eine Hähnchen-Ananas-Pizza mit Tomaten. Ich habe so ein Angebot genommen mit drei Gratis-Zutaten. Und ich wusste nicht, was noch zu Hähnchen-Ananas passt. Dachte ich, vielleicht Tomaten. Keine Ahnung, was habt ihr für eine Idee? Was könnte noch zu Hähnchen-Ananas passen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Dann teste ich das beim nächsten Mal. Ich bin fertig mit Essen. Ich habe nicht ganz aufgegessen. Aber ihr kennt mich ja wahrscheinlich später nochmal so ein kleines Stückchen. Ja, ihr wisst. Ja, es hat sehr gut geschmeckt, muss ich zugeben. Nicht so, wie der Name vermuten lässt. Nee, hat echt gut geschmeckt. Kann man nicht sagen. Top. Wie beim Lieferanten. Es ist halt so schmeckt. Ich gehe jetzt nochmal schnell los in das Einkaufsland da drüben, weil ich muss noch ein bisschen was besorgen. Und ich würde sagen, machen wir eine Timelapse oder nicht? Lasst euch überraschen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Komm gerade raus. Laufst du los. Kommt so eine Frau mir entgegen. Ich dachte, die kennst du doch. Das ist einfach meine Tante. Digga, was macht die hier? Weil die kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. So anderthalb Stunden weg von hier oder so. Alles gut, habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, haben wir gerade mal kurz ein bisschen gequatscht. Hat sie gefragt, ob wir an Ostern kommen. Also zu meiner Oma. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Ich schaffe jetzt halt gerade immer sechs Tage die Woche. Und dann will man den Sonntag halt schon, ja. Ich habe gesagt, keine Ahnung. Ich frage mal meine Eltern oder so, ob die da vorbeikommen. Ja, das schockt mich gerade schon ein bisschen. What? What? Für die, die sich vielleicht fragen, warum hat der Typ eine Winterjacke an, obwohl es eigentlich von mir der ganz okay ist. Wobei, jetzt ist es schon wieder ein bisschen kühler. Aber ich habe die an. Aufgrund dessen, ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr so Klamotten anhabt und ihr so das Outfit für euch gewählt habt, ihr merkt so, ach, das sitzt einfach gut. Da fühle ich mich wohl drin. Und das habe ich einfach nicht, wenn ich nur mit dem Hemd rausgehe. Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht wohl so komplett. Und mit der Jacke, das vervollständigt das noch irgendwie so. Können Sie nachvollziehen, was ich meine? Scheiße, hier mal alles hängt. So, jetzt endlich. Oh, nach zehn Jahren kann man mal aufwachen, oder? Ja, ihr merkt, ich habe ein wenig schlechte Laune. Das liegt daran, was ich heute verkauft habe. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil, ihr wisst ja, Geheimnis, Datenschutz, bla bla bla. Es war auf jeden Fall nicht so geil. Ich habe auch schon mit dem Chef geredet. Wir haben ein kurzes Gespräch gehabt, dass wir jetzt nichts mehr, das hier wegen Kündigung oder so, sondern einfach nur halt, jo, warum läuft es gerade so, wie es läuft? Es steht natürlich wieder jemand daneben. Wie kann es auch anders sein? Es passt alles einfach zusammen. Scheiß Tag, scheiß Autos. Na, immerhin ist es heute nur ein Smart. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Aber nein. Kommen wir aber mal zu einem etwas erfreulicheren Thema. Was ich gerade auf Twitter gesehen habe. Der liebe Fix hat die 100.000 Abonnenten erreicht. GG dafür, mein Freund. Nee, ohne Witz, ich gönn's dir. Du hast es verdient. Ich meine, du steckst so viel Arbeit in dein YouTube. Ich meine, du arbeitest, bringst täglich Videos. Gut, vielleicht fällt mir ein, zwei Tage was aus. Aber da kann sich der ein oder andere noch was von abschneiden. Ich möchte jetzt mit... Hallo? Zeig doch nicht auf mich. Was soll denn das? Ich bring doch Videos. Ja gut, nicht immer, aber... Ich weiß, wie stressig das sein kann, wenn man arbeitet und dann auch Videos machen muss. Deswegen da auf jeden Fall an dich. Herzlichen Glückwunsch und mach weiter so, Digi. Ich bin zu Hause angekommen und gehe jetzt erstmal in mein Zimmer. Aber ich würde sagen, an der Stelle beenden wir auch gleich den Vlog. Denn ich werde mich jetzt einfach nur noch ins Video schneiden machen, noch ein paar Serien gucken und dann wahrscheinlich wieder pennen gehen. Ja, Gaming wird auch irgendwann mal wieder kommen, wenn ich die Zeit und Lust dazu finde. Ich weiß, jetzt hätte ich noch ein bisschen Zeit, aber man will halt nach der Arbeit einfach nur entspannen. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir in einer positiven Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Bis dahin. Hau rein. Fuhu.